Hallo und herzlich willkommen zum letzten Traders Club Market Brief in dieser Handelswoche. Die Handelswoche, die es richtig in sich hatte. Wir wurden ordentlich durchgeschüttelt. Montag, der starke Abverkauf. Ja, fast schon die Panik, die etwas übertrieben war. Das wurde dann per Contrary starker Gegenbewegung. Ja, wenn man das wochentief haltend war, die aber auch im Raum, wurde die uns wieder nach oben geschlagen. Aber ist das schon wieder der bullische Durchbruch? Ja, das schauen wir uns, wie gesagt, jetzt gleich ein bisschen im Market Briefing an, aber vor allem dann auch noch im Short Check. Der folgt heute zur Mittagszeit. Abonniert den Kanal, der verpasst ja dieses wichtige Video nicht. Und natürlich abschließend von dieser wichtigen Handelswoche schauen wir dann am Wochenende, zum Wochenausblick, dann auch nochmal richtig drauf. Wie gesagt, abonniert den Kanal, dann bleibt in dieser Hinsicht informiert. Gestern gab es einen Datensatz aus der zweiten, nein, eigentlich der dritten Reihe, die Anträge auf Arbeitslosenhilfe zur Vorwoche. Aber also ein Datensatz, der eigentlich vollkommen Nonsens ist, höchstens mal als Trend benutzt werden kann, hat aber gereicht für die Erholung. Aber in der nächsten Woche folgen ganz andere Datensätze, wichtige Datensätze zum Thema Konjunktur. Und die werden den Markt antreiben, denn es sind wirklich, wir sind wieder in dem Punkt drin, Good News sind Good News. Also nicht die Bad News oder Good News, weil schwache Konjunkturdaten sind gut, weil die Inflation zurückkommt. Nein, das interessiert nicht mehr. Wir wollen jetzt die Inflation nicht zurückkommen, wir wollen die Konjunktur stabilisieren. Deswegen braucht es ja auch die guten Daten und die werden in der nächsten Woche spannend. Wer das große Ganze immer sehen möchte, wer tagsüber informiert bleiben möchte, wer die technische Analyse sehen möchte, wer Trading Setup sehen möchte, kommt einfach mit in den Traders Club, ersten Link in der Videobeschreibung. Der bleibt da durch, ja, rund um die Uhr eigentlich informiert. Aber wir gehen jetzt mal hinein und beginnen mit dieser Grafik und schauen, ja, dass wir eigentlich seit Ende Juli die Volatilität so richtig geweckt haben im Sommerhandel. Das plötscherte erst vor sich hin, sehr enge Handelsspanne, jetzt haben wir Volatilität und die ist ja auch gar nicht mal so verkehrt, wenn man ein bisschen handeln möchte. Gerade hier der Auftakt August, sehr, sehr volatil gewesen. Gestern auch wieder diese sehr heftige Bewegung auf der Oberseite, davor ging es heftig nach unten. Ja, das sind aber die Ausschläge, in der wir uns jetzt befinden und die uns auch eine Weile noch begleiten wird. Ja, und das zieht sich vermutlich hin. Die Saisonalität bietet hier dafür auch eine Grundlage, also für einseitige Bewegung. Davon gehe ich einfach noch nicht aus und das ist auch schadtechnisch noch nicht abzuleiten. Schauen wir uns aber, wie gesagt, alles in Ruhe nochmal an. Gestern hier der Handelstag an der Wall Street, etwas Spiegelbild von dem vorangegangenen Handelstag. Dort hatten wir den hohen Auftakt und den schwachen Schluss, den wir gesehen haben. Aber ein bisschen die Sorge stand auch, dass der Iran angreift. Die Sorge steht immer noch, das ist immer noch nicht geklärt im Nahen Osten. Gestern die Umkehr, schwache Auftakt und der hohe Abschluss. Da war alles wieder vergessen. Der Nasdaq war der Outperformer, den wir gestern hatten. War der beste Tag seit Februar 2023, das ist schon ein bisschen leer. Und der S&P 500 hat den besten Tag seit November 2022. Aber das ist eben eine Wohlerphase. Das zeigt eigentlich auch diese Unsicherheit im Markt. Mal kräftig runter, dann wieder kräftig hoch. Ist ja kein sehr ruhiges, beruhigendes Marktumfeld. Und so kann man auch ganz schnell wieder in die andere Richtung schaukeln. Hier war der Datensatz, die Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Da schreit wirklich kein Hahn nach. Also da kriegt kein Hahn nach. Das ist eigentlich meistens vollkommen egal. Nur da, nur gestern wurde er einmal genutzt. Und weil eben, man sucht ja den positiven Aspekt. Wenn man alles nur negativ sieht. Wenn man es nur noch das Dunkle sieht. Das hatte ich auch Anfang der Woche gesagt. Als wir das extrem gesehen haben. Wenn man nur das Dunkelste sieht. Dunkelste Szenarien annimmt. Oh ja, Nahosteneskalation. Oh, die Rezession ist sicher. Oh, wir brauchen Notzehnschritte. Dann ist es ganz schwierig, das Dunkelste Szenario noch mal dunkler zu toppen. Denn eher, da kann ein leichter Lichtblitz, kann dann wieder für die Erholung sorgen. Und wir hatten relativ stabile Konjunkturdaten. Die Anträge gestern. Wir hatten auch den ASM, der etwas besser ausgefallen ist. Der zumindest nicht dieses Dunkel-Szenario bestätigt hat. Und so setzt das dann ein. Das ist ein bisschen auch mit dem Sentiment verbunden. Also gestern, niedriger Start. Hoher Abschluss. Sehen wir uns hier auch mal an. Seit einer Woche. Hier vor einer Woche gab es den US-Arbeitsmarkt-Bericht. Der den ersten kleinen Schock geliefert hat. Weil er so schwach ausgefallen ist. Und die Rezessionssorgen nach oben gespürt haben. Und was sehen wir seitdem? Ja, Montag ging es noch mal steil runter. Da war der Japan-Effekt mit dabei. Und seitdem, ja, eigentlich ein ziemlich volatiles Treiben. Ein bisschen kam auf Flimmern hier. Volatiles Treiben. Und immer noch deutlich unterhalb der Freitagsstände. Wir können mal schauen. Die Wochenperformance hat sich etwas verbessert. Nur noch leichte Wochen Minus, die wir haben. Aber auf Monatssicht auch noch ein, ja, sind wir eigentlich dunkelrot unterwegs. DAX 4,5%. Runter der S&P 3,5%. DAO ebenso. Der Nasdaq minus 5%. Also da haben wir schon noch was zu verarbeiten. Und die Volatilität ja, die wir haben. Mal sehen, wie der Wochenabschlüsse nun gelingt. Denn das kann durchaus spannend werden. Weil momentan stehen wir ja ziemlich nah am Wochen hoch. Von Wochentief auf Wochen hoch. Die Wochenkerzen, wie gesagt, schauen wir uns dann im Shortcheck nochmal in Ruhe an. Hochgezogen. Gerade DAX fast eine Hammerkerze stehen gelassen. Am Bullenmarkt aufwärts drin. Können wir das halten? Ist das eine gute Vorlage, dass wir dann auch in der nächsten Woche erst nochmal was draufpacken können. Also Wochenabschluss heute durchaus interessant. Weil vom Wochentief Richtung Wochen hoch wir gependelt sind. Und wir durchaus an einer wichtigen Supportzone nach oben gedreht sind. Aber wie gesagt, schauen wir uns dann alles auch in Ruhe im Shortcheck nochmal an. Die Big 7, also die sieben hochmarktkapitalisierten Tech-Konzerne. Auch hier seit letztem Freitag gab es ja mächtig was auf dem Deckel. In der Spitze 3 Billionen US-Dollar am Marktkapitalisierung verloren. Aber die haben auch wieder gut aufgeholt. Aber notieren trotzdem noch unter den Hochpunkten der letzten Woche. Das ist einfach jetzt etwas die Erholungsbewegung, die wir haben. Und kann man noch nicht wirklich überbewerten. Aber wie eben schon gesagt, der Wochenabschluss ist ja gerne mal der Happy Friday. Fällt dieser aus? Also Happy Friday, da wird die Volatilität nach unten gedrückt. Und man steigt so langsam im Trendtag nach oben. Haben wir ja sehr häufig gesehen in diesem Jahr, auch letztem Jahr. Fällt das aus? Wäre schon wieder ein bisschen ein Worn-Signal. Und die Volatilität, momentan stehen wir noch oberhalb der 20. Wäre gut für den Happy Friday, wenn wir die wieder unter 20 bringen können. Sehen wir hier auch nochmal die Volatilität in Form des WIX. WIX, da ist ja nach oben geschossen. Wir hatten hier Werte über 60. Das war ein Extremwert. Solche Werte hatten wir nur zur Dotcom-Bible und zur globalen Finanzkrise. Hatten wir am Montag eine globale Finanzkrise? Hatten wir nicht. Das war natürlich eine mega Übertreibung. Was auch wieder abgegeben wurde im Wochenverlauf. Aber immer wieder vor der 20, das ist so ein bisschen die Sorgenmarke, sind wir wieder hochgeschnippt. Immer wieder hochgeschnippt. Also so richtig ruhig wird der Markt nicht. Vielleicht heute zum Happy Friday. Naja, also immer, wenn der WIX nicht heute unter 20 fällt, dann ist es wirklich ein Worn-Signal. Denn Freitag ist eigentlich der Tag, wo der Volatilität-Index sich schlafen legt. Mal sehen. Und wenn das gelingt, er fällt unter 20, dann sieht das ziemlich gut aus, dass wir heute auch den soliden Wochenabschluss hinbekommen können. Aber das schauen wir alles dann im Traders Club in Ruhe an. Kurz auch der Blick nochmal auf das übergeordnete Bild. Die Saisonalität der letzten, könnt ihr ja alles selbst sehen hier. Die Grafiken habt ihr ja auch hier. Die Saisonalität der letzten 50 Jahre, 20 Jahre, grün 10 Jahre und die Wahljahre. Habt ihr das alles hier zu sehen. Und gut zu erkennen, ja, vermutlich bleibt die Sache hier etwas noch schwierig. Bleibt die Sache noch etwas schwieriger. Aber wir haben hier den August, wir haben den September und jetzt ist ein dicker Stift, den wir mit dem Dunner machen, dass wir hier der Performance einfach nicht so einseitig bleiben werden. Dass wir hier doch noch in schwierigen Wochen oder volatilen Wochen uns bewegen. Der Oktober, dann gerne der Rebound-Monat, dann geht es gerne wieder nach oben Richtung Jahresendrallye November, Dezember. Also hier diese Phase, in der wir uns befinden, auch die Abflüsse, globalen Abflüsse sind ja gerne etwas höher. Gleich wieder die Erholung, gleich Power-Erholung, danach sieht es eigentlich nicht aus. Danach sieht es nicht aus, sieht nach der Volatilität aus. Die hatte ich ja immer wieder angesprochen. Und das kann sich jetzt hier auch noch ein bisschen fortsetzen. Das ist ein bisschen die Erinnerung, dass wir in Phases sind, die nicht sofort entschieden werden müssen. Das merke ich auch immer wieder in den sozialen Netzwerken, aber auch in meinem Traders Club. Gestern auch ein Kommentar gewesen im YouTube, das soll die schwache Saisonalität sein, weil es gestern nach oben ging. Was erwartet ihr? Nasdaq ist innerhalb von Mitte Juli, also vor knapp einem Monat, ist der 17% nach Spitze nach unten gelaufen. Verlangt ihr jetzt in zwei Monaten 30%, Megacrash, alles fällt zusammen. Eine schwache Saisonalität ist 5-10% mal nach unten. Das, was im Raum stand. Die Performance beim Nasdaq immer noch minus 5%. Also ich verstehe nicht, dass einige Sehnsucht haben nach dem Weltuntergang. Das ist etwas merkwürdig. Die schwache Saisonalität wurde ziemlich gut und ziemlich pünktlich aufgegriffen. Eigentlich sogar zu stark aufgegriffen. Wer jetzt den Crash haben möchte, das hat nichts mit schwacher Saisonalität zu tun. Das hat dann eher was mit einem Trigger, vielleicht sogar einem Bärenmarkt zu tun. So ein bisschen die Sache seriös einsortieren. Immer wieder alles das ganz Negative. Und dass man jetzt die Tiefs an der 200-Tage-Linie nicht reinschorten soll. Das hatten wir im Traders Club, da hatte ich das als Warnung definitiv rausgegeben. Ich hatte zu Anfang der Woche ja auch bloß ein Long Setup aufgebaut. Und das lief ja auch ziemlich gut an. Und jetzt hier dagegen zu schorten. Also wer diesen Fehler macht, kann gerne mit in den Traders Club kommen. Da kriegt er mal eine Warnung ausgesprochen. Auch das übergeordnete Bild eben gesehen, Saisonalität. Auch hier nochmal der Fear & Creed Index, den wir hier haben. Ups, nicht so einen zu groß machen. Der Fear & Creed Index, hier blau und rot der S&P 500. Der hatte ich heute, der hatte ich so einen Wochenauftakt. Als wir den Abverkauf hatten, hatte ich den schon gezeigt. Da ging es darum, dass der gerne die totale Angst einen Doppelboden ausbildet. Hier der Fear & Creed Index auf extremer Angst. Und hier der S&P 500 darüber, dass man gerne hier so ein kleines Doppelboden ausbildet. Und dann erst den nachhaltigen Boden findet. Sehr häufig der S&P 500 parallel darüber. Gerne eben mit dem Doppelboden kommt dann erst auch der S&P 500 zur Ruhe. Und das wäre eben auch noch der Punkt, es muss noch nicht zu Ende sein. Denn dass wir hier haben, den Rutsch nach unten auf extreme Angst. Dort stehen wir immer noch. Hält man sich, wie gesagt, gerne etwas auf. Man kann ja runterlaufen, vielleicht auch so einen Doppelboden. Und dann macht eben der S&P 500 auch solche Haken hier rein. Das ist nicht alles lineal. Das ist eine kleine Berg- und Talfahrt. Und einige wollen immer nur diesen ganz großen Strich sehen. Entweder ganz klar nach oben oder ganz klar nach unten. Aber wenn man in solche Schwankungsbreite übergeht, dann muss man sich mit der Schwankungsbreite etwas anfreunden. Ja, das ist das Bild. Wir auch nochmal das Übergurten. Die Erinnerung, vermutlich noch nicht ganz fertig. Wir haben ein paar Wochen noch vor uns. Bitte nicht alles in drei Handelstagen. Wir haben Montag abverkauft. Und bitte am Freitag wieder das Allzeithoch. Keine Ahnung, da sind wir falsch. An den Märkten ist das nicht ganz so einfach und logisch. Wir blicken hier auf den DAX. Wir hatten mal hier den F-DAX und ganz kurz schauen wir auch gleich im Short-Bild noch was an. Der F-DAX, der ist ja angekommen hier am, hat man Montag auch gesagt, am Bullenmarkt-Aufwärts-Trend von 2022. Wir haben dort eine lange Lunte stehen gelassen. Chance auf Gegenbewegung. Im Idealfall eine sehr volatile, hatten wir gesagt. Wir haben hier volatil so reinlaufen, vielleicht so einen Haken schlagen. Das war die Annahme. Es kann eine starke, eine sehr starke Konterrallye kommen. Aber die, dass sich nun im bärischen Muster verhält. Ja, was haben wir denn gekriegt? Wir hatten hier die lange Lunte und was machen wir seitdem hier? Wir bilden doch genau das aus, was wir angesprochen haben. Und hier unten hatte ich ja, wie gesagt, 17-1. Da bietet sich ein Long-Setup, was man gut absichern kann. Und das Take-Profit-2 war doch irgendwo bei 17-8 drin. Also, das war, ist doch genau das gekommen. Jetzt sagt, ah, das ist wieder der Bullenmarkt. Das ist ein Dach, das konnte durchbrochen, der Crash. Ja, es braucht alles seine Zeit. Und auch hier eventuell bloß die erste, das hatte ich auch eingezeichnet, die zweite, die dynamische Dritte. Und wenn die dynamische Dritte sich hier hält, im Aufwärtstrend, dann sollten wir eben die vier hier reinbasteln. Und dann gefahren auch, dass wir nochmal runterfallen. Also, wir stehen genau dort, was wir am Montag gezeichnet haben. Nur einige sind hier immer ziemlich unruhig unterwegs. Und ist das hier schon eine V-Erholung? Ja, nicht wirklich. Nicht, was genau das volatile Aufsteigen, was wir eigentlich auch erwartet haben. Also, die Entscheidung ist hier noch nicht. Aber gelingt der feste Wochenabschluss? Dann haben wir ja wirklich eine solide Wochenkerze stehen. Und da können wir eben, wie gesagt, noch weiter ansteigen. 17.8, 18.000 in der kommenden Woche. Aber der Wochenabschluss wird dafür eben schon spannend. Ganz kurz hinein noch in den S&P 500 im Future. Der ja auch hier unten angekommen ist an der 5.1, war die nächstgrößere Zone. Dort sollte Gegenwehr kommen, zumindest Richtung 100-Tage-Linie. Wo stehen wir aktuell? Das ist der Kurs von heute Morgen. Wir stehen genau an der 100-Tage-Linie. Hier verläuft sie. Kann auch noch ausgedehnt werden. Aber bisher stehen wir genau in dieser Zone. Und schaut euch die letzten Tageskerzen an. Hier eine, hier eine, hier eine. Heute. Also, es ist doch ein volatiles Treiben und kein einseitiges. Und das volatile, ja, das stand eben durchaus im Raum. Lass uns sowas hier reinbasteln wieder. Und das haben wir. Und man kann hier durchaus auch direkt wieder an. Verlieren wir die 100-Tage-Linie. Sind wir ganz schnell an der 200-Tage-Linie, die ja noch etwas offen war. Aber das schauen wir uns, wie gesagt, alles im Short-Check nochmal in Ruhe an. Ist bloß dahin, erst zum Einsortieren, wo wir sind. Nach dem Abverkauf, volatile Reaktion. Das ist jetzt auch nicht direkt der bullische Durchbruch. Die Bullen müssten schon hier durch diese Zone nachhaltig durch. Dann hält sich die Sache erstmals auf. Der Nasdaq ja auch an der 200-Tage-Linie. Ich habe gestern auch ganz früh am Tag, als wir sehr schwach reingekommen sind, passt hier auf, nicht reinschorten. Wenn wir hier unten standen, direkt an der 200-Tage-Linie, da shortet man doch nicht rein. Da geht man höchstens long rein. Und das war dann auch das Signal. Geht kräftig nach oben, der Nasdaq. Wieder Richtung 18.3, 18.4. Kommen wir dort rüber, hätten wir auch die 100-Tage-Linie noch. Aber auch hier momentan, was ist denn das? Das ist momentan ein extrem volatiles Treiben hier drin. Ist das wirklich so einmalig nach oben ziehen? Nicht wirklich. Das ist genau die Spanne, die Erholung, die kam. Und das kann sich hier durchaus etwas hinziehen. So wie hier, ich habe es hier eingezeichnet und zeichne ich dann gerne zum Short-Check nochmal ein. Also ein bisschen zum Einsortieren, weil ja viele das große Bild gerne mal etwas außer Acht lassen. Auch hier der Nasdaq im M15 hatte ich gestern auch im Trader's Club immer wieder live gepostet. Ja, wir standen hier unten drin zum Auftakt, zum Tagesauftakt. Hier unten drin, ja, was shortet man da? Kann man höchstens vielleicht eng long absichern. Short wird hier oben interessant. Hatte ich ja dann gestern Abend dann auch wieder gepostet im Trader's Club. Da sind wir erst hingelaufen. Nicht mal ganz so oben hingelaufen. Aber hier oben wird es erst interessant wieder reinzugehen. Das hat man ja auch dann etwas diskutiert im Club. Kommt gerne mit hinein, den ersten Link in der Videobeschreibung. Die Erholung, die wir haben, wir stehen am 50er-Fibu-Level in der Fibu-Box. Jetzt auch ziemlich volatiles nach oben laufen. Das ist noch nicht zu viel für die Bären. Die Bullen müssen mehr drauf packen. Die Bären können ja durchaus angreifen, dass man hier auch, vielleicht nicht unbedingt zum Happy Friday, aber dann im Anschluss nochmal hier runterlaufen. Und dann Hoffnung vielleicht Doppelboden, aber eben auch die Gefahr, dass wir nochmal weiter nach unten laufen, ist ja durchaus auch gegeben. Aber da schauen wir uns, wie gesagt, im Short-Check nochmal in Ruhe an. Die Daten von gestern, die Anträge auf Arbeitslosenhilfe, ich habe es eingangs schon gesagt, Daten aus der zweiten oder dritten Reihe, muss man das eigentlich schon sagen, die haben gereicht. Die waren stabil ausgefallen, jetzt nicht groß, übermäßig Rezessionssorgen ausgelöst. Leicht stabil hat gereicht. Ja, positiv, alles gut. Wenn man eben alles sehr negativ sieht, alles nur noch dunkel ist, Weltuntergangsszenario am Montag, dann ist es eben nicht schwer, das Überraschungspotenzial auf die Oberseite zu verlagen und nicht zu sagen, nein, ganz schwarz wird noch schwarz. Das ist dann meistens nicht mal so leicht zu erreichen. Überraschungspotenzial lag auf der Oberseite. Aber um das nochmal zu sagen, es ist ein Datensatz, der ist wirklich komplett vernachlässigbar. Es ist nicht relevant. Die nächsten Daten in der kommenden Woche, wir haben die Einzelhandelsumsätze aus den USA, das wird schon mal ganz bedeuten. Wie steht es um den US-Konsumenten? Ganz anderer Datensatz wird das sein. Wir haben den FiliFed, wichtiger Konjunkturindikator, Frühindikator, wichtige Frühindikation für die Konjunktur. Wir haben die Notenbankprotokolle, wir haben die neuen Inflationsdaten aus den USA. Bitte nicht zu fest ausfallen. ZDW-Index, also da in der nächsten Woche stehen die wichtigen Daten an. Das hier ist wirklich ein Punkt, ja, den hat man dankbar vielleicht aufgegriffen, aber den kann man auch nicht groß interpretieren. Die wichtigen Daten folgen in der kommenden Handelswoche und die Erwartungshaltung an die FED hat sich auch wieder etwas, ja, etwas verbessert. Wir hatten ja Hochschießen am Montag, sogar Notzinsschritte wurden erwartet, ob die FED sich, weil der Markt mal ein bisschen volatil wird, dass die FED sich da trifft. Und jetzt, oh, wir brauchen einen Notzinsschritt. Das kommt wirklich in echten Notphasen vor. Die globale Finanzkrise war so, was haben wir das, oder die globale Pandemie, das haben wir nun wirklich nicht gesehen. Und das hat sich jetzt wieder ein bisschen eingebettelt. Meine Worte natürlich für 2024, grün zu sehen, 100 Basispunkte, immer noch sind vier Zinsschritte. Ein großer ist da vermutlich auch mit dabei, oder muss mit dabei sein. Im September ist immer noch eine scharfe Zinswende, die man erwartet, aber eben nicht mehr diese Extreme, die wir Anfang der Woche hatten. Das war einfach übertrieben. Also auch hier ein bisschen Normalität, die zurückkommt. Aber wir laufen in eine große Zinswende hinein, wir laufen in eine schwächere Konjunktur hinein. Ob es nicht gleich die Rezession wird, die tiefe Rezession. Es kann ja auch eine schwache sein, hat man am Anfang der Woche ja auch gezeigt. Und das wird, da sind wir jetzt sehr abhängig von den nächsten Daten. Der Ölpreis, gestern auch weiter im Anstieg, hat sich vor mehreren Monaten tief weiter gelöst, weil es die Nahosteskalation ansteht. Der Angriff von Iran auf Israel, alle Worten drauf. Wird vermutlich auch noch ein einmaliges Ereignis sein für den Markt. Dann pendelt man sich wieder ein. Deswegen steigt der Ölpreis. Ich glaube nicht. Es ist eher die Wachstumsfrage. Hier unten war die Rezessionssorge. Oh nein, es kommt die Rezession. Nachfrage natürlich bricht dann ein für das Öl. Damit der Ölpreis nach unten. Jetzt wieder die Hoffnung, alles gar nicht so schlimm. Thema Konjunktur geht schon. Wir werden uns schon wieder stabilisieren. und deswegen ging der Ölpreis wieder nach oben. Es ist eher eine Sache aus Rezessionssorgen. Dann ist dann eher Nachfragesorgen, hat sich das eher wieder gelegt, dass die Rezession eben nicht kommt und der Ölpreis wieder nach oben zieht. Daten, weitere Daten haben wir heute nicht. Die Verbraucherpreise werden gemeldet aus Deutschland. Die endgültige Fassung wurde schon geliefert. Ja, komplett in den Erwartungen. Keine Überraschung. Nicht spannend genug. Deswegen mal gucken, ob wir den Happy Friday heute hinbekommen oder den schwachen Schluss suchen. Hier sind wir jetzt im Wochenschart drinne beim DAX. Die Anstiegsbewegung seit letztem Herbst. Die Konsolidierung. Da sind wir eben runtergelaufen bis zum aufwärts der Rent dieses Bullenmarkts und 2022. Dort angekommen. 17,1. Wie gesagt, dort interessante Zone, um reinzugehen in den Markt. Und wir sind durchaus nach oben gelaufen. Und die aktuelle Wochenkerze, ist das jetzt ja selbst, wenn wir die so stehen lassen, dann ist das schon eine Einlagen, dass der nächsten Woche noch was nachkommt. Also das ist ja eine lange Lunte am Support. Wir haben den 50er gleitenden Durchschnitt. Wir haben den Aufwärtstrend 38,2 auf Fibulevel. Aber es hatten wir ja thematisiert, dass man hier unten dann eher nicht mehr Short sucht, sondern eher mal den Long-Anstieg und gucken, ob das dann die Konsolidierung sich zusammenfällt. Und ja, halten wir dieses Niveau dann in der nächsten Woche durchaus drin. Hat sich ja auch schon so gezeigt. Ich glaube, hier gezeichnet. Ja, hier im Cetra-Dax, dass wir dann weiter nach oben laufen können. So einen Haken hier reinsetzen können. Und hier aktuelle Wochenkerze aufzusehen im Cetra am Aufwärtstrend nach oben. Sieht erstmal nicht so aus, dass es zu bärisch ist. Aber der Wochenabschluss, der ist eben heute noch. Die prallen wir heute deutlich zurück. Lassen den Hammer nicht stehen. Ja, dann ist die nächste Woche doch noch hier im Kampf mit der 17,1. Stabil auf so eine Wochenkerze in den Schluss. Und vermutlich wäre es die Einladung der nächsten Woche sogar, die 18.000 wieder mit aufs Korn zu nehmen. Aber das wäre dann immer noch genau das Bild, was ich hier gezeichnet habe, dass wir uns einfach so eine volatile Phase hier befinden. Und da gehört eben auch dazu, dass man sich wieder nach diesem Abverkauf, den wir gesehen haben von fast 10%, dass man auch mal wieder eine Bewegung nach oben hinlegen. Und das würde sich dann anbieten. Also dass das Bild im Wochen-Short, im Tage-Short kurz hinein. Da kämpfen wir ja eigentlich hier ziemlich lange schon an der 200-Tage-Linie. Hier war der Rutsch runter zur 17,1. Hier war die stabile Tageskatze, lange Lunte. Das war eben auch die Chance, dass wir uns hier stabilisieren können. Die 200-Tage-Linie wäre schon gut, wenn wir die enthalten können in dem Wochenabschluss hinein. Auch hier war ja ein bisschen das Szenario, dass man hier war die Abverkauf, Beginn von Mitte Juli. Dass wir hier möglicherweise in der dritten Welle waren. Und da ist noch eine vierte Bastel. Und dann mal gucken, ob da noch was Richtung 16, beziehungsweise unter die 17.000, 16.500, was nachkommen mag als Impuls. Das wird ernst negiert, wenn wir wieder Richtung 18,1 laufen. Sehen wir momentan nicht. Wir sehen eigentlich genau das, was ich hier so gezeichnet habe, dass so eine Erholung ansteht, die volatil erfolgen kann. Was anderes sehen wir hier momentan auch nicht. Und das kann dann eben gut sein, dass da hier was nachkommt. Aber bei dieser Bewegung auch gut denkbar, dass wir uns da 17,1 wieder stabilisieren. Also hier ist wieder so eine Zone, da gucke ich, wie es weitergeht und shorte da nicht rein. Da shorte ich die Shortware hier oben. Durchaus angebracht. Kann man mit CAV rechtfertigen. Alles aber in wichtigen Unterstützungszonen. Dann weiß ich nicht, wie man sowas absichern soll. Aber das hatte ich ja gestern im Traders Club schon besprochen. Heute die ersten relevanten Zonen. Der EMA 200 an der 17.550. Oberhalb hätten wir die Spanne 6,10 zu 6,90. Und dort stehen wir gerade im Future auch. In der Vorbörse kommen wir dort rüber. Weitere Erholung möglich Richtung 7,70. Im weiteren Verlauf greifen die 17,8. Dann mit der 17.850 als nächstgrößere Zone. Hätte aber eigentlich Zeit bis zur nächsten. Also stabil hier oben ab der 200-Tage-Linie heute bleiben. Wäre schon die Einladung, dass uns dann in der nächsten Woche mal Richtung dieser großen Gap-Zone, die wir ja noch aufgeschlagen haben. Hier am Bereich der 17,9, 18.000 könnte man das dann anvisieren. Also Stabilität hier oben wäre schon wichtig. Und wie gesagt, 5,50. Erste relevantes Support Richtung 6,90. Darüber können wir die 700 aufs Korn nehmen. 7,7,8,50. Unterhalb der 5,50 wird es hingegen ernst. Dann haben wir wieder die 200-Tage in den SMA 200 im Fokus über die 500 zur 4,50, 4,60. Dort durchbrechen. Und es wäre ein negatives Signal auf Wochenschlussbasis. Chance zumindest hier hinzulaufen. Möglicherweise Doppelbooten. Aber der Weg Richtung 17,2, 17,1 wäre dann doch ziemlich gingehend. Vor allem auf Wochenschlussbasis wäre das kein schönes Zeichen. Denn diese Bewegung, die wir haben, ist momentan alles nicht sonderlich. Bullisch stark. Muss man einfach immer wieder im Verhältnis setzen. Also 4,60, wichtige Marke, die wir heute am besten gar nicht sehen wollen. Sieht ja auch momentan auch stabil aus. Aber man weiß ja nie, was noch hereinkommt. Ganz untergeordnete Bild nochmal hier. 15 Minuten Chart. Hier die Abwärtsbewegung. Seit Anfang August ging es nach unten. Die Erholungsbewegung 38,2. Fibuleffel wäre bei 17,770. Also das ist alles noch nicht sonderlich stark. Und kann eben durchaus dann eben auch die Wehre mit einem Setup in diesen Bereichen wieder im Fokus rücken. Wir sind ja hier in so einer Fibo-Box drin. Dort bietet sich dann wieder ein Short-Setup an. Hatte ich auch gepostet im Traders Club. Hier unten war das eher Chance eng absichern long. Und das hat man ja, wie gesagt, die Idee hatte ich ja auch im Club gepostet. Haben wir die Schwächentendenz. Prallen hier durch. Geben den Aufwärtsrand ab. Reißen vielleicht dazwischen tief. Was ziemlich genau um die 4,50 verläuft. Was war in der Zone? Die 200-Tage-Linie. Brechen wir dort durch. Ist das hier wirklich dann schon der Hinweis? Ah, na vielleicht. Was besteht hier? Dann kann Druck aufkommen. Also hier oben kann man aggressiv reingehen. Wenn man sagt, ich möchte jetzt hier, gehe ich mit rein hier oben. Sichere die Sache ab. Und sage, wir laufen wieder Richtung 17,2. Hat man schon wieder ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Hier unten reingehen. Viele suchen ja viel. Immer wieder in den Markt reinschorten. Wie sichere ich das denn ab? Wenn ich sage, okay, Doppelboden ist drin. Aber hier oben ist noch ganz schön Luft in meiner Fieber. Was ist denn das für ein CAV? Mein Risiko, also Richtung Stop-Loss, viel höher als meine Chance. Das ist kein gutes Setup. Das ist kein nachhaltiges Setup. Man muss gucken, dass das Risiko kleiner, möglichst kleiner ist. Und die Chance größer ist. Und dass es hier unten shorten ist, hat sich das nicht angeboten. Aber wer das gerne immer mit auch diskutieren möchte, kommt gerne mit hinein in den Traders Club. Dann können wir darüber reden. Ersten Link in der Videobeschreibung. Da bleibt ihr informiert. Auch Research, News, technische Analyse. Wie gesagt, Setup-Ideen. Alles mit dabei. Ansonsten, wir sehen uns heute noch zum Short-Check. Da schauen wir uns die Sache noch etwas im Detail an. Gerade auch für die US-Indizes. Wochenabschluss steht an. Happy Friday. Wird der Wallet-Telindex nach unten gepusht. Gute Chance, dass der Auftakt der nächsten Woche auch noch solide ist. Schwäche Tendenz, insbesondere Richtung 200-Tage-Linie, wäre dann hingegen ein großes Warnsignal. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns bis bald hier auf diesem Kanal oder im Traders Club. Ciao.